Was war das für eine schöne Klinik? Das war dann nachher auch alles weg. Ich denke mal, diese Zahnstellung und die richtigen guten Zähne haben das ausgemacht. Die Dentra-Briam-Klinik finde ich sehr gute Ärzte, sehr gute Mitarbeiter, sehr einfühlsam. Es wurde alles sehr gut erklärt. Die Vorbereitungen, auch das Finanzielle, fand ich, ist im Rahmen geblieben. Alles wirklich gut. Unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Kronen, dicke, dünne. Also es sah nicht gut aus. Und ich hatte einen Überbiss. Den hat man hier auch durch diese neuen Kronen ganz anders hinbekommen. Also ich kann viel besser essen. Dentra-Briam ist für mich eine super Klinik mit tollen Ärzten, mit ganz tollem Personal. Immer freundlich. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt. Vielen Dank.